Mein Name ist Raul, ich bin 18 Jahre alt, arbeite in Dämen frei und mache eine Ausbildung zum Reifenpraktiker IBA. Als Reifenpraktiker bist du hauptsächlich angestellt zum Räderwechseln, also dein Thema, dein Fachgebiet ist sicher Räderreifen. Klar, in der Saison hast du sehr viel zu tun und wenn du mal nichts zu tun hast, gibt es immer etwas zu tun. Du kannst am Mechelf und neben deiner Lehre zusätzlich etwas lernen. Das Schöne ist ganz sicher, dass du privat an deinem eigenen Auto mal arbeiten kannst. Du kannst viel Geld sparen, Räder selber wechseln, du kannst mal andere Felgen drauf tun, wenn du andere Felgen willst. Du kannst auch deiner Familie helfen, du kannst auch den Kollegen etwas helfen oder du kannst ihnen auch Tipps geben, wie du es am besten machen würdest. Das ist ganz sicher das Coole. Du musst ganz sicher ein Fingerspitzengefühl haben, das heisst genau arbeiten. Das ist sicher ganz wichtig und offen und ehrlich zu reden. Wenn ein Fehler passiert, musst du es einfach sagen, das ist klar. Du hast einfach durchbeissen und dann kommt es gut. Du hast eine grosse Anzahl von Automarken, das heisst du lehrst nicht einfach innerhalb zwei Jahren auf der gleichen Marke. Du hast verschiedene, du wechselst alle Jahre in der Garage. Sagen wir jetzt, du hast mal in den Jaguar Land Rover Aston Martin gearbeitet, gehst nachher zu der Kia und hast Ford, Subaru und Mitsubishi, hast natürlich alles. Emil Frey ist ein sehr guter Betrieb, familiär vor allem. Sie bietet sehr viel an, allgemein lehrt natürlich sehr viel. Du hast ein super Team, hast es gut mit den Leuten und das Arbeiten macht generell Spass.